Ähm, wie sieht die Uhr da nun? Ach, wie sieht die Uhr da nun? Willkommen in Shanghai, ein nachlanger Flughafen. Schön, dich zu sehen. Danke, Herr. Wie geht's? Oh, dann kommt ihr. Wie geht's gut? Alles okay. Ich dachte, wir werden abgeholt von diesem Minister. Na gut. Wird gerne was über die Gespräche. Ja, ja. Hier, dann. Ich sehe noch ein paar Probleme, über die wir reden sollen. Na klar. Wie geht's da noch? Ganz gut. Nein, 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 nein. Ich sag dir, es geht dir gut, okay? Okay, 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 okay. Tut mir leid. Die Sache steigt dann aus der Früh. Glaser holt uns morgen zum Briefing an. Alles gut. Wo will ich wohnen? Ich bring dich in dein Hotel, aber jetzt muss ich das erleben. Ich muss, ich muss jemandem eine Nachricht zukommen lassen. Hä? Ja. Ja. Okay, aber wenn die Genster gespielt haben, will ich in mein Hotel. Ja, klar. Okay, wir sind da. Also, der Kerl ist ein kleiner Fisch. Ich will nur ein paar Takte mit ihm reden, dann verschwinden wir wieder, okay? Was aber auch. Das hier ist gerne, wie ein Scheißhaus. Okay. Ja, rein. Wir legen die Tür ein. Ja. Nein, nicht. Auf zum Beispiel soll das. Verdammt. Hey! Weg mit der Waffe! Krust du mich! Das ist vermisst klar. Hier, nimm das. Der will sie nur für den Fall. Ja, wir müssen ihn kriegen. Los, komm! Rein, weg in die Klebung! Ich will auch nur hin! Ach, komm! Entdeckung! Lauf weiter! Du spinnst also immer noch nicht. Ja. Wir nehmen die Leitung! Die Krustenz. Eine Warum? Wie lang! Entschuldigung, gibt es hier ein Hintereingang? Ich bin es für ihn! Wozu dir ein paar Zeitelchein war? Ich bin es für ihn. Dieser Mistgar. Der wird ein Verstärkung! Ja! Ja! Der Steink Hawk, jetzt bin ich groß man, Brady! Das ist die Schmerzen. Das ist eine bessere Zeit für nachslaug! Fahr! Komm zurück! Los, Kay, hier lang. Wer ist denn das Mädchen bei mir? Keine Ahnung. Mir egal. Ah, siehme! Freddy! Mensch! Mensch! Was zum Teufel ist Ihr Problem? Wo ist er hin? Samm los! Vorwärtsch! All die Gescheiße! All die Gescheiße! What?! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020